Grüezi miteinander und willkommen zurück zum fröhlichen Schnetzel mit Kratos. Ich hoffe man, dass es diesmal nicht ganz so viele komische Zeiträtsel gibt. Und jetzt muss ich erst mal gucken. Ich glaube, da hoch musste ich. Genau. So. Ja, ich bin nochmal gespannt. Also wie gesagt, die letzten Rätsel sind ja teilweise nicht ganz so einfach, wenn man das das erste Mal macht, beziehungsweise erst mal zu verstehen, was überhaupt der Sinn dahinter ist. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich da auch irgendwie gerade ein bisschen verpeilt, das zu checken, immer sofort. Jetzt hier noch. Da muss ich nochmal gucken, was ich noch upgraden wollte überhaupt. Das ist ja alles, sag ich jetzt. Mein Gott, 3000 Punkte habe ich. Das ist voll. Das ist fast voll. Blitz gefällt mir gar nicht. Das sind 5000. Oh, was war das? Genau. Das könnte vielleicht noch was wert sein, ja. Aber gut, also erst mal auf 5000 sparen. Und dann mal schauen. So geht's noch weiter hier. Wahrscheinlich da rüber. Oh. Was ist das denn? Mein Gott, was sind die denn für Krämpfe? Ich glaube, die brauchen mal einen an den Hals, ey. So wie das aussah. So. Wo ist sie denn? Da oben. Ja, komm runter. Alter. So blöden Habchen hier. Ah, kaputt. Ich weiß gar nicht, warum ich da mit den Elementen so viel wechseln soll. Ich stehe einfach auf die Feuer. Den kannst du nur nochmal sagen. Wo schreiten die die ganze Zeit so? Was ist denn los hier? Bisschen. Ein bisschen. Bisschen verbrennen hier. Ob, ob. 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 hätte ich gerade packen können mein gott aber schon gut ab hier man komisch also wenn sie angreift und ich blocke kann ich auf jeden fall gar nicht mehr kontern ein bisschen doof also ich kann auch nicht zwischen den schlägen scheinbar noch mal auf kontern gehen sondern kann nur den ersten machen also bei mir zumindest gerade gar nicht geklappt erstmals nur gegen schleudern auch sowas wo sie jetzt auf der reine renner es ist immer wichtig den gegner mit seinen eigenen waffen zu töten wäre viel zu leicht wenn ich ihn einfach mit meinen waffen töte naja ich möchte die flügel ausreißen hier und die auch noch ah schade schade jetzt wird wild geklettert hier wo geht's hoch? geht's da nicht hoch? äh 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 hä? wieso kann ich da nicht drauf? willst du mich verarschen? sorry aber irgendwie check ich das spiel manchmal nicht so ganz was das von mir will ich muss doch da hoch beziehungsweise will ich einfach da hoch ich rast mich also einfach mal wieder gewalt walten lassen oder was? ja genau mein gott da hätte man jetzt aber auch hochklettern können also ganz ehrlich ja gut was soll's mit gewalt geht's einfach immer gewalt ist immer eine lösung ja komm das bisschen Energie nehme ich noch mit so und jetzt ah jetzt darf ich klettern ist klar so schwing dich gut's hin ah mein gott da liegt der kopf bin ich schon alle coolen fahrstuhl beziehungsweise so ein transporter so wer kommt natürlich Mann auf mich zu packen hier da ist vielleicht bald eine Flügel wieder raus oder so einfach aufgeschlitzt oh schade jetzt habe ich den dicken Angriff nicht gemacht den hier wurde nein hä? okay komm einfach mal wegschmeißen ist egal komm her ich nochmal tschüss die sind einfach mal instant tot oh der ist schon wieder stimmt den gab es ja auch noch blöde kraten oder was das da ist blöde kraten oder was das da ist blöde kraten oder was das da ist wohin der schalter blinkt immer noch jetzt häng ich hier an so einen komischen stein rum ey aber der kratus hat doch immer glück dass er von solchen sachen noch wegkommt oh ja hier wieder die schreit so lustig ey oh daneben oh oh man du musst du hier in die luft kriegen dann sind die wesentlich einfacher oh das bin ich in der besprung man man oh jetzt geht's ich finde das so lustig wie die schreien ey so kann er jetzt hier oh nein wollte sie doch finishen auf zu jaulen an mann das hilft ja auch nichts mehr jetzt bin ich auch einfach in ruhe lassen können weißt du so ins gesicht rein moment was gibt es da vorne noch hm 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 zahnrad liegt er noch ok hier ist nix so einfach mal ne wird einfach mal ne kette ziehen ist denn das für ein fahrstuhl hier macht er gar nichts mehr was siehst du wie viel habe ich denn 5000 schon mal das upgrade wieder was ist da noch jetzt wieder was zum drehen mein gott das sind immer konstruktionen hier ey riesen dinge bauten sowas hör mal oh was ist das denn erstmal noch energie hier mitnehmen ich muss ja bestimmt da vorne wo es vielleicht schräg oh ne hier gehts gar nicht hoch hm 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 geht auch dort drauf ok dann wahrscheinlich da vorne Da muss ich jetzt rüber, oder was? Mhm. Was ist da noch was? Nee. Immer in alle Ecken gucken, ganz wichtig. Was ist das denn? Hey, schon wieder Käfer. Käfer verabscheu. Das ist wieder so leuchtet. Oh, da ist noch irgendwo so ein Sack, oder? Noch mehr? Okay. Ich höre noch. Mein Gott, wo sind die denn alle hier noch? Hm, keine Ahnung, wo die alle herkamen jetzt. Egal. So, was haben wir hier? Das können so entspannend sein eigentlich hier. Schön am Meer. Ein paar Berge. Top Ausflugsziel für die ganze Familie. Aber jetzt... Genau, das wollte ich auch machen. Und noch was upgraden. Magic Attack, komm, die nehm ich mal. Ha, das find ich immer geil. Zack. Gut. Also mal da rüber sliden. Ich glaube, ich springe da mal runter. Ah, okay. Hätte ja sein können. Ja, komm. Lad's halt neu. Wat soll's. Hm, 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 Moment. Zwei... 25.000, mein Gott. Hab ich jeweils noch so viele Punkte hier kriege? Wahrscheinlich nicht. So, also Energie ist voll, Magie ist voll. Die nehm ich noch mit hier. So, da wird er wieder runtergeslidet. Diesmal springe ich nicht runter. Denkst du wieder so eine Riesenkette, ey. Mein Gott. Oh, hier wird gekämpft. Oh, ja. Geil. Ja, ist aber ein bisschen größer geworden. Gegensatz zu Gott auf War 3. Bäh. Ja, klar. Sonst war alles gut, oder? Mann. Oh, mein Gott. Erstmal die Alter, die nervt mich gerade. Oh, dieses Geschrei von der. Warum müssen Frauen immer rumschreien? Echt, ich hasse das. Können die nicht einfach ganz normal kämpfen? Nein. Da muss rumgeschrien werden. Wie bekloppt. Ja, toll. Jetzt konnte ich sie nicht mehr packen. Ey. Ist mir mal klar hier? Ey, die macht mich fertig da. Mit ihrem Gebrüll. Achso, ich könnte mal das Hades-Ding hätte ich jetzt mal ausprobieren können eigentlich. Boah, Mann. Ich glaube, da stehen nicht umsonst vorne eine grüne und eine blaue Kiste. Ich glaube, die werde ich auch gleich brauchen. So, jetzt wechsle ich mal. Man muss den Hades da. Oh, nein. Falsch. Ja, probieren wir mal aus hier. Was macht der denn Feines? Oh, yeah. Finde ich fast besser. Trifft auf jeden Fall ganz gut, glaube ich. Oh, der ist rot. Der ist rot. Komm. Packen. Jetzt wird er aufgeschlitzt hier. Ja. Zack. Sehr gut. Sah im dritten Teil irgendwie geiler aus, habe ich das Gefühl. Also nicht nur die Animation, sondern auch der ganze... der ganze Gegner-Typ. Also. Habe ich irgendwie ein bisschen geile Erinnerung zumindest. Vielleicht täuscht das auch. Ha, ha. Sehr gut. Ich bin ja voll. Brauche ich nur Magie. Was ist das denn der andere Fuß? Mein Gott. Muss jetzt in seine Kniescheibe reinklettern. Oh, bin ich. Okay. Okay. Ja, ist gut. Ich habe es gesehen jetzt. So. Jetzt noch so. Versteckt es? Wahrscheinlich nicht. Zack. Ja. Einfach mal so eine Kette abreißen hier, ne? Ja, weißt du? Hält er sich jetzt wieder nicht fest, oder was? Willst du mich verarschen? Also, sorry, aber mit der Steuerung da. Das ist diesmal nicht so geil... wie sonst. Ich kann es ehrlich sagen. So, diese kleinen Feinheiten, das nervt mich schon ein bisschen. So, was gibt es hier noch? Komm, Auge. Mann, so eine scheiß Feder. Aber davon habe ich jetzt, glaube ich, dann alle. Yes, sehr gut. So, Geer, aha. Alles klar, alles voll. Oh. Was ist das denn für ein Hochofen hier? Okay. Was? Was? Wieder so eine Seite. Ja, braucht keinen Mensch. Was gibt es hier? Hey, Moment, da geht es doch bestimmt noch höher, oder nicht? Boah, hätten die mich mit dem Schiff nicht einfach woanders absetzen können? Die hätten doch gleich da hinfahren können. Wie, dann wäre ich da gerade hingeschwommen. Nein, muss ich ja durch das ganze Ding da durchkraxeln. So, Moment, jetzt geht es trotzdem. Geht das? Ja. Ja. Hier geht es doch bestimmt noch höher. Mann, hier sind ja immerhin zwei so Dinge. Das war noch nicht genau, wie ich an dem Feuer da vorbeikommen soll. Boah. Geht das irgendwie? Ich bleib mal da drin. Boah. Kann ich das nicht irgendwie mit der Zeit machen oder so? Okay. Vielleicht komme ich da später höher. Zur Zeit scheint es definitiv nicht zu gehen oder Eckpixel einfach mal wieder nicht. Kann natürlich auch sein. So. Also erstmal da rüber. Bam. Dass er eh mal zweimal dran klatschen muss. Ah, wieder klettern. Geil. Also ich sag mal, diese Adventure-Anteile, also mit dem Rumklettern und Rätsel lösen, ist auf jeden Fall größer als in God of War 3, wo eigentlich mehr mit Kämpfen war. Äh, äh, äh. Mein Gott. Wie komme ich denn da unten hin? Ja, diese Eier hier. Auf, mal wieder wechseln. Muss man da. Da, okay. So, muss ich jetzt lang, damit ich in die Kisten da komme. Hier sitzt das. Ah, guck mal. Ein paar Punkte mitnehmen. Ja, warte. Da geht es jetzt nicht lang, oder was? Okay, da muss ich wahrscheinlich einmal da hinten lang, und dann wieder den, den Weg da zurück. Das bisschen Energie nehme ich gerade noch mit.